Dankeschön, schönen Abend. Ja, das war eigentlich ein hartes Kämpfe Spiel, besonders in der 2. und der 3. Unterzahl bei uns war es sehr stark und Eddie Ennecke muss ein Lob auf ihm geben für den Shoutout. Er hat ein enormes Spiel für uns bei der Habend gemacht. War ein Team-Sieg für uns. Immer in Krefeld hier drei Punkte zu holen ist immer schwer. Ja, drei Punkte haben wir geholt und jetzt schauen wir weiter. Ich bin zufrieden mit der Leistung für die Mannschaft heute. Dankeschön. Ja, ich dachte wir waren okay in der 1. Periode. Wir mussten aus dem Puck aus dem Puck, nach unten, nahe zu der Nette. Wir passen durch die Fremden und haben sie gespielt. Und dann wir machen... Wir sind aus dem Puck, und wir versuchen den Puck zu machen. Wir versuchen den Puck zu machen. Wir haben Leute, die sind gut, die sind gut. Wir 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 sind gut. Ich bin hier für sechs Jahre. Wir sind gut. 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 I care about the fans, I don't care about my success, I just care about Graefeld Penguins' success. That's what I did six years ago when I came here. We generated success through recruiting, through helping bringing Needles in the Haystack players here to Graefeld, which we did. We lose them to higher priced teams the next year, we replace them again the next year. So we're having some hard times right now, but it certainly doesn't have a darn thing to do with the structure of the team and the coverage and the power play setups. The job has to get done sometimes by shots and rebounds and fighting people off. And at certain points in time, it's just not enough. It's just not enough. So, excuse me for not speaking German at this time, but I'm as frustrated as everybody else right now. But I'm not one bit disappointed in the effort that I give every day, and again, it's not about me. It's about the players in there, and I'm with them 100%, and I treat them good every day, and I spank them when they're bad, and I hug them when they need to be hugged, and that's what it's all about. So, whoever wants to give up on the team, God bless you, but I'm in it 100%, and I'm going to come out of this with these guys. And I hope the fans feel the same way. Again, I'm here for the organization. I'm not here for myself. Thank you, Shannon. Congratulations to Martin. He's done a very nice job at Nuremberg, and I wish them luck in the future. And again, congratulations on the win tonight, Martin. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.